und es geht weiter bei mario kart 8 der lachs das war schon lange her seit der letzte part kam wir spielen heute mit dem spinn wir nämlich haben hatten wir schon neben kracht hatten wir hatten wir mal ein anderes inking gehör nehmen wir das mit einer neuen card dem w25 silberpfeil alles klar und mit dem turbo bike natürlich wieder und unseren geilen reifen und so und wir waren heute wieder zwei cups und zwar den plat und den blitzkopf los geht's mario arena vom nintendo ds die erste strecke diese der teil von der strecke ist natürlich schwer im 200er aber der rest sollte möglich sein wenn man bremst mal gucken wie es so läuft die dsc strecken im nächsten part werden dann wieder lustig auch wenn ich ganz so schlimm sind wie die 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 anderen zwei ds strecken aber es sind ja die ec strecken und das in die computer glaubt ihr am schwersten und wenn ich schon hier bei mario kart 8 bin das spiel wird wir auch bald beendet werden und welches mario kart würdet ihr als nächstes sehen wollen schreibt meine kommentare das wird dann als nächstes mario kart kommen das wird dann als nächstes mario kart auf die fresse bekommen So, ja, war klar. Nein. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Schön bremsen. Dann ist das auch möglich. So, dann keinen Stunt machen und ich hätte bremsen sollen. Soll ich eine Bombe? Nein, nein, nein. Das ist mir die Bombe. Das bin ich. Scheiße. Scheiße, das habe ich dir geworfen. Es wird ich zweiter. Ja, genau. Der ist sogar weg. Und hat ein Doppler-Item, also. Jetzt bekommen wir natürlich nichts mehr gescheitert. Oder doch? Doch, doch, doch. Ja, er ist da. Oh, danke, dass ich den Pilz bekommen habe. Das war richtig knapp jetzt gerade. Holy shit. Gut, dann machen wir weiter im nächsten Rennen. Ja, so... So, B-Land, das ist... ...ganz okay von Double Dash. Also, beim nächsten Mario Kart wäre ich ja vielleicht so für... ...Makadoui oder Super Mario Kart oder Double Dash. Aber ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Was ihr sehen wollt. Ach, MK8 Deluxe. Offline. Wollt ihr nicht ein Online-Let's Play dazu? Schreibt das auch mal in die Kommentare. Weil, im Online-Let's Play kann ich dann vielleicht ein bisschen Infos rausgeben. Und so. Wird zwar dann auch nicht so oft kommen. Aber immer wenn ich irgendwas neue Infos habe oder so. Oder ein bisschen Arcade halt. Dann kann ich das ja bringen. Schaut mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. So. Jetzt muss ich aber erstmal... ...dieses Rennen schaffen. Wir sind schon in der zweiten Runde. What the fuck. Hä, als ob... ...doch gerade erst angefangen zu reden. Jetzt kommen wir stark rein. Ja, moin. So. So. Come on. Geil, der Blitz war gut. Der Blitz war gut. Er hat nicht gerettet. Nice. Gut, ich habe immer noch ein bisschen Abstand. Zum zweiten nur keine Münzen. Weiß ich bin ein bisschen langsam. Das sollte sich ändern. Scheiße, das war nicht so geil. Aber es sollte, glaube ich, gut gehen, oder? Ja. Erster. Nice. Bis jetzt läuft es noch. Schauen wir mal. Wie es im nächsten Rennen so läuft. Die Instrumentalpiste vom 3DS. Das wird lustig. Oh Gott. Ich werde so verkacken. Wenn es 200 hat er keine Chance. Oh Gott. Jesus Gott. Wenn ich da Erster werde, weiß ich auch nicht. Man fällt nämlich immer runter. Man ist einfach zu schnell. Ich werde schon versuchen, keine Stunts zu machen. So, da rasen wir durch. Jetzt kommt es auch schon nämlich hier. Wenn man... Ich muss da jetzt zurückwerfen. Ich bremse die ganze Zeit. So. Ja, okay. So geht's. Ja, das stimmt. So geht's echt gut. Sollen wir schön in der Mitte bleiben? Dann läuft das. Ja, der ist so schnell. Guck mal, Kadui. Ist der rote Panzer so langsam. Und hier ist es mega schnell, dass sogar mit einem Pilz treffen kann. Was geht? Oh, jetzt bin ich außen. Nein. Oh, ich bin zurück. Okay, wir wurden nach vorne geschleudert. Nice. So, wollte ich das. Warte, dann kommt man hier richtig durch. Aber warum die Computer aus? Das kann ja nicht sein. Die machen irgendwie genau... Nein, nein. Nein! Hat nicht mehr gezählt. Ah! Was war denn das? Oh, jetzt war ich halt nicht selber dagegen. Natürlich explodiert die auch. Jetzt bin ich 5. So, wieder. Und was denn jetzt schon wieder? Ach man, ich hasse die Strache. Und? Ich schaff's trotzdem. Okay. Ach man. Ja. Pilz und... Ja, man! Pilz, ich liebe dich. Du hast mich zum zweiten Mal gerettet vor Knochen-Bowser. Alter, ich bin nach Essen geworden. Ich musste mich jetzt gerade konzentrieren, deswegen konnte ich nicht reden. Alter, wir haben das ja echt noch geschafft. Lol. Nice. Nice. Dann haben wir das letzteren. Das war Schi-Tal. Vom N64. Oh no. Eine meiner Lieblingsstrecken. Sollten wir das so gut hinbekommen. Sollten wir das so gut hinbekommen. Los geht's. Und Yoshi an der Seite. Voll zieht. Ey, Knochen-Bowser. Warum hast du eigentlich schon wieder so frühes Item? Das kann nicht sein. Dann, 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 da, da, da. Ja, ja, ist klar. Ist okay. Jetzt bekomme ich eine Münze mit zweiter. Okay, egal. So. Bitte so bleiben, wie es jetzt ist. Bitte. Das ist schon mal eine Strecke. Das muss kommen. Irgendwann. Nötig für Pish. Wäre ich dir sehr dankbar. So, jetzt bin ich wieder... ...den ganz anderen Weg gefahren. Nice. Ja, ja. Sieht richtig gut aus. Hier könnte man auch so ein Stachel abhängen. Dieses Geiste. Okay, diesmal nicht. Fuck. Nichts mit dir. Ja. Warum kriege ich Schaden? Ja. Mein Vorsprung ist wieder weg. Komm, jetzt noch abgeschossen worden. Fällt doch da was in die Hand. Ja. Yes. Okay, ich werde jetzt abgeschossen. Komm, ich denke, ich komme. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Drei Sterne. Wuhu. Nice. Down. 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 Ach ja, die anderen Cups, die sind immer die leichteren und besseren und geisten. So muss das doch sein. Drei Sterne. Passt. Ja. Drei Sterne. Den Blattcup. What the fuck. Löffel. Nice. Neues Fahrzeugteil haben wir auch. Dann würde ich sagen, geht es jetzt in den nächsten Cup. Den Blitz Cup. So. Diesmal mit. Wir haben eh schon alle benutzt. Haben wir alle benutzt? Wir hatten jetzt der fünfte Part. Wir hatten die benutzt. Denn... Haben wir schon benutzt? Knochen. Also den da auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, Knochen-Trock noch gar nicht. Doch klar. Wir machen ja mal zwei Cups. Aber gut, dann haben wir schon jeden benutzt. Benutze ich jetzt noch mit Knochen-Trocken. Und wir fliegen mit dem Hyrule-Gleiter und nehmen jetzt mal wieder die Slick-Reifen. Dafür hatten wir nämlich die Standard-Reifen. Und jetzt geht es in den okayen Cup. Die erste Strecke ist ganz okay. Die zweite mag ich nicht. Die dritte ist auch okay. Und der Ring-Bum-Boulevard ist geil. Los geht's. Tick-Tack-Trauma vom DS. Ja. Müsste klappen. Auch wenn die Tods richtig gruselig aussehen. What the fuck is this? Also wenn man den natürlich nicht betrogen hat. Minimal knapp. So, da gehen wir mitten durch. Das bringt es eigentlich immer nie. Ach ja, die Spill-Ton 2. Das wäre auch geil. Aber ich werde wahrscheinlich so mal Oli-Sets zu Release kaufen dürfen. Beziehungsweise bekommen. Beziehungsweise einfach haben. Zu Release. Und wenn das dann zu Release kommt, das wäre dann richtig geil. Da wird dann richtig, dann werden dann richtig viele Parts kommen. Alle leicht mal so halb. Und doch lieber mal Oli-Sets-Batron 2. Was wir tun hatten ja schon mal. Ich bin eh nicht so gut in Spill-Ton. Auch wenn Spill-Ton 2 echt geil wäre. Ja, aber ich mag was Neues. Ja, das ist einfach komplett was Neues. Geil und Stachy und der ist nicht geil. Wenn wir eine Super-Rupe haben oder Pilz-Locker. Normale Bombe. Ja. Danke, Blitz. Ich liebe dich. Nein. Alter. Wie der Blitz mich gerade vom Stachy gerettet hat. Wie geil. Und die Computer hackt natürlich wieder. Und sind wir schneller. Wiss, ich weiß nicht. Ja, Normale. Nein, fahr. Komm schon, er ist da. Komm schon. Gut. Haben wir geschafft. Ja. Das machst du gut, Knurren dort. Natürlich ist Cooper dein Erzfeind. Oh, das Gängteil von dir. Und deswegen dann Rivale. In diesem Cup. Röhre in der Aserei von 3DS. Die mag ich jetzt nicht. Ich kann die Strecke nicht. Ich verkack da so oft. Die sieht zwar schön aus. Aber wir wissen, wie kommt das so aus? Und schau, da ist der Rote. Ja, okay. Nicht auf mich. Nice. Und ich will mal ein Item hier. Ja. Ja. Ja, ja. Auf mich. Genau, auf mich. Nicht auf mich. Also. Ich will immer noch keiner sein. Okay, die Musik ist geil. Zum Münzen schon mitnehmen. Als erstes Item noch der erste Mono sogar. Was zum Blocken. Und jetzt habe ich auch, dass ich ein ZL losgewinzen habe. Was ist traurig. Ich weiß auch nicht, wie man Splatoon 2 mit solchen kleinen Chai-Kons spielen kann. Da muss man den Pro-Controller haben. Ich verstehe das nicht, wie das gehen soll. Zum normal könnte ich da easy vorstellen. Das würde passen. Splatoon? Ich habe Splatoon 2 schon gespielt. Das fand ich da auch schon zu klein. Kein Blitz, bitte. Danke. Kommt man da nicht durch? Ein Zahn hat er ja. Müsste gut gehen. Verpässt dich. Alter, habe ich mir den getroffen. Alter. Ich muss, glaube... Ja, genau. Jetzt recht, der ist sich. Jetzt recht, der ist sich. Bist du Arsch. Nein! Mhm, normal. Genau, Cooper. Du Hacker. Ja. Ja. Der Nächste. Was ist los? Ja. Jetzt geht's los. In der letzten Runde. Ja. Stach, egal. Ich bin nicht erst. Stach, ich kann die. Schön was zum Glocken haben. Kein Blitz jetzt. Nice, nice. Nice. Komm, Sam. Nice. Haben wir's geschafft. Mit erster. Boah, bin ich froh. Die Strecke ist so assi. Aber irgendwie... Läuft's gerade echt gut. Mal gucken, ob's in den Vulkankrollen genauso gut läuft. Ja, die Vulkankrollen in HD. Auf der Switch. Oh, das sieht's geil aus. Ich hab ja Wii... Mark hat wieder letztens wieder gespielt. Das sieht dann vollkommen halt anders aus. What the fuck? Und? Nice. Ach, Kopa, du bist so ein Hacker. Der hat doch... Der hat doch Safe Hacks an. So kann's halt nicht. Schmeiß deinen Panzer weg. Dankeschön. Du bist so ein Hacker. Ja, nice. Nice, nice, nice. Das haben wir gut gemacht, geschafft. So, jetzt schön so. Driften direkt. Ach ja, ich find's geil, dass Knochen-Trocken wieder ein MK8 ist. Oder wieder ein Mark-Up. In einem Kaui hab ich den schon sehr oft benutzt. In einem Kaui, ne, da gab's die richtig krassen... Die richtig geilen Charaktere. Bördo, Didi-Kong, Didi-Kong, ne. Dann gibt's auch echt nirgends, kann das sein. Der wird voll ausgegrenzt im nächsten MK, will ich den sehen. Ich will den sehen. Scheiß, das war Frosagol, Peach oder... Oder... Gold Mario oder so. Was doch... Oder Fungi-Kong. Das waren die Boys. In einem Kaui. Die gibt's nicht alles. Nice. So, jetzt verpiss ich, Greeper, bitte. Bitte, nice. Wo kommst du jetzt hin mit den Pilzen? Ja, jetzt hat er Bananen plötzlich. Und da kommt doch wieder der Gruppe. Alles ob. Ja, jetzt musste ich dagegen fahren. Und wieder den äußeren Weg nehmen. Scheiße. Ja, genau. Ja, genau. Ii. Du bist so ein Drecksäcker. Jetzt jub mich doch nicht. Ii. Mh-h-h. Ja. Nice. Komm schon, Ziel, Ziel. Leck mich, leck mich ins Ziel. Ja. Null Münzen. Ja gut, ich wurde auch nur verarscht, aber... Ja, Star, wir haben es wieder geschafft. Wir haben uns wieder gerettet, weil wir wieder ein nices Item bekommen haben. Danke, Spür. Du bist endlich mal sozial zu mir. Ey, wenn wir jetzt wieder die drei Sterne schaffen, na? Los geht's. Die packen wir jetzt. In einem richtig kleinen Regenbogenwolle von N64. Das Beste ist, diese ganze Strecke ist beim N64 eine Runde. Das muss ich ziehen. Oh mein Gott. Deswegen haben sie es hier in MK8 in drei, in eine komplette Strecke umgewandelt. Ach so, die Strecke in drei Runden unterteilt. Das finde ich auch geil. Man sieht in jeder Runde was Neues. Hier ist man sie öfter. So richtig schön lange Strecken in Runden unterteilt. Oh, ich... Man weiß, ob der das Drehrad-Bulligade oder wie das heißt. Kann man so dumm sein. Und dann trotzdem so gut. Ach ja, der fünfte Part. Der vorverletzte. Der vorletzte Cup-Part. Bin ich froh. Wieder mal schon MK-Anruf im Kanal. Natürlich wird mir das geile Alting geschoren. Ich mache es schon seit meinem letzten Jahr MK8. Und ich habe es ja jetzt geschafft, 30 Porten zu verrauen. Von MK8 insgesamt. Trans-2024 von MK8. Und jetzt von 5. Das ist... Ich muss die nächsten Express alle öfter fallen. Also, das war's schon Das war ja mega einfach Das war's schon Wie geil Gut, dann haben wir wieder die drei Sterne Das war ein richtig nice Part, ich musste mich nicht aufregen Passt Nice Gut, dann haben wir es heute richtig gut geschafft Ohne Fails und so Aber im nächsten Part darf ich leiden und leiden und leiden Oh, das war's Ich will nicht Gut Dann, wenn du davon hast, ein Like da Wie gesagt, in die Kommentare schreiben, welches Markart ihr als nächstes sehen wollt Ja, Blue Falcon haben wir freigestanden, nice Könnte ich auch benutzen im nächsten Part, würde es sich lohnen Weil das ist gerade geil, das kennt jeder von MKU Ähm, MKU sahst aber irgendwie geil aus, ne Gut Dann will ich es haben bis zum nächsten Mal Haut rein IT-Gamer und Ciao ア k Wohé Pat 0 A Das ist